Ja hallo, was machst du denn da? Muss ich gleich nochmal schauen. Ach ja, wir waren dabei, die Kisten ansonsten zu sein. Ich drücke hier nochmal 2, damit hier nicht dieses lästige Interface ständig aufploppt und irgendwas wollte ich hier doch noch machen. Ach ja, genau. Das ist mir letztes noch eingefallen. Man kann ja hier nochmal... Hier habe ich aber noch ganz schön viele Ors dafür, dass ich die letztes Mal mit Schein alle aussortiert habe. Apropos aussortiert, wo sind denn die? What the fuck? War ich da nicht gerade noch? Ah, komisch. Naja. Holen wir mal uns die ganzen Ors hier raus und verbraten die dann ordentlich. Silberohr machen wir mal hier, zack. Ach, halt, 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 halt. Halt, halt, halt. Zack, erstmal hier den ganzen Kram nochmal zurück. Ich wollte mir noch einen... Warte. Doch, war richtig hier. Einen normalen Electric Furnace machen. Braucht man einen Iron Furnace und dann macht man sich ganz einfach so und einen... Electronic Circuit und, ja, Iron Furnace aus... Äh, 8 Iron. Hättet ihr das wohl gedacht. Ja, so viel Iron habe ich allerdings gar nicht mehr. Deswegen muss ich das wohl erstmal einschmelzen, leider. So. Aber ich suche hier noch Kabels. Hatte ich denn nicht noch hier? Da haben wir noch vier. Brauche ich noch einen. Äh, noch einen, sei schon noch... Noch zwei, Mensch. Lieber Himmel. Copperdust. Ich habe hier noch ganz schön viel Copperdust. Hatte ich hier nicht noch gerade Lover gesehen? Ah, hier. Schaut mal da. Äh. Habe ich echt nur noch so wenig Copper? Machen wir das einfach mal hier kurz warm. Sondern frisst es auch nicht ganz so viel Strom und... Äh, ja. Deswegen, bevor ich da hier ein größeres... Ein Refined Iron habe ich sogar noch. Schaut mal. Hier. Da habe ich noch ein Refined Iron. Dann nehme ich mir noch zwei Redstone. Und dann sollte ich erstmal das alles haben, was ich dafür benötige. Ja, komm. Mach jetzt. Dankeschön. Drei solcher Dinger brauche ich hier. Ach, geht ja nicht. Ist ja... Ich will das immer noch mit ziehen machen. Aber das funktioniert hier nicht ganz. So. Äh, was brauchte ich nochmal für den... Für das... Oh Mann. Iron Ding hier. Ja, genau. Äh, Iron Ding für... Ja, ist egal. Heute ist nicht so mit dem Sprechen, habe ich das Gefühl. Ist wieder Buggy. Sortieren wir das einfach mal da ein. Keine Ahnung. Falls jemand fragt, ist zwar die Turtle, die das da so doof einsortiert hat. Ja, haben wir hier eine ganz... Oh, da. Also das geht schon ordentlich ab, der Ding, muss ich sagen. Der geht auf jeden Fall ordentlich ab. Der Ofen da. Zack. Äh, hier aber auch, du. Mann, du Meter, ey. Ich hab doch bald keinen Strom mehr hier, oder? Ja, Tatsache. GG. Nun gut. Dann suche ich mir mal hier meinen... meine Wrench, oder wie das heißt, raus. Ähm, wo ist denn das... Teil? Nee, das ist die falsche Wrench. Habe ich gar keinen Wrench mehr? Okay, dann muss ich mir noch eine machen. Äh, hier, die hier benötigte ich, oder? Bronze. Ich hab's immer noch ganz viel Bronze hier. Also geht das sogar. Ja, wunderbar. Na. Naja, war eh leer. Wisst ihr, warte, das lass ich jetzt hier nochmal durchlaufen kurz. Und das Eisen. Aber dennoch. Also es geht echt schnell. Hab aber kaum noch Energie. Das ist scheiße, ist das. Weil der Ofen hier so viel zieht. Aber der ist auch dementsprechend voll. Als wenn die Energie... Das sollte er eigentlich noch packen. Da haben wir hier auch das letzte Quintchen Energie. Äh. Ausgenutzt quasi. Ja, das packt ja noch. Ja, so viel Energie wie da drin ist. Hör mal. Krank. Und komm. Ja, wunderbar. Das sollte er... Ja, das hat er jetzt schon. Ervorragend. Was? Ey, ey. Sorry, aber... Äh. Äh. Wo ist denn jetzt der Furnace hin? Ey, sorry, aber den cheat ich mir. Der war jetzt nicht gerade billig. Und dass der da sich jetzt durchs Glas glitscht, kann ja niemand ahnen. Also wirklich, was ist das denn? Also das ist ja jetzt... Schon arg beschissen. Ey, sorry, aber... Ne, das kann so nicht angehen. Weil der Induction-Furnace, der war schon echt teuer. Hier, warte mal, schaut mal. Da brauche ich hier so einen Electric-Furnace und dann so einen Advanced-Machine-Block. Also der war nicht gerade billig. Den will ich definitiv behalten hier. So, bitte einmal hier. Ja, wunderbar. Ah, das Power-Level füllt sich wieder. Das ist geil. Und dann haben wir hier das Copper. Wunderbar. Tieren wir das mal alles hier ein. Gut, und dann holen wir uns mal hier... Die Dingens, ne? Und ich spuche mal die Musik vor, die ist so laut hier. So. Tinohr. Ähm, kann mir einer... Obwohl... Ich schaue mich mal selber an, wie man das macht, dass das hier so eine Pumpe ist, die das hier immer reinpumpt. Und, äh, ja. Wenn das dann hier... Und erst wenn das hier leer ist, kommt dann ein neuer Ohr rein. Also hier, Copper zum Beispiel, weiß ich nämlich nicht, wie das geht. Muss ich mir mal anschauen. So, und dann kommt das jetzt hier gleich rein, oder? Wisst ihr was? Ich baue mir nochmal so eine Redstone-Pumpe da. Ja, genau. So eine Redstone-Pumpe da. Ein Redstone-Engine hier, da brauche ich... Woodgear, da brauche ich nochmal viel Holz für. Viel Holz. Ah, da habe ich ja relativ viel Holz, so, ne? Das sollte ausreichen. Brauche davon so viele hier. Ja, hallo. Was machst du denn da? Wo kommt ihr denn her? Ihr Cheater, alter. Alter, jetzt hört doch mal auf, ihr mich zu schlagen. Ihr seid aber keine netten Besucher, seid ihr? Blöden Viechers da. Ich gehe mal kurz schlafen. So. Ähm, ja, genau. Was werde ich denn sonst... Ja, genau. Glas brauche ich noch. Sorry, aber wirklich, mit dem Sprechen haben wir es heute irgendwie nicht so. Das ist heute nicht... ...mein... ...mein Fachgebiet. Hier habe ich noch so eine... ...Dingens da. Und dann brauche ich hier noch eine Runden... ...Pipe. Und wo sind die Stone Pipes? Da, mach's. Wunderbar. Hallo. Hallo. Gehst du jetzt mal... Dankeschön. Was war das denn jetzt? Loll. Habe ich noch irgendwo einen Stick? Ja. Für einen Hebel, wisst ihr? Oh, ist voll. Hey, hey. Ja. Hm. Der ist eindeutig nicht schnell genug hier. Ja, wunderbar. Ähm. Ich suche hier mal kurz hier... ...ääh... ...das komische Zeug hier ein, was ich jetzt erstmal nicht brauche. Äh. So. Das kommt dann jetzt hier erstmal weg. So. Tschüss. Äh. Ach Gott. Schön. Da ploppt das schon mal ordentlich raus. Ach du lieber Hängel. Was ist das denn hier? Ähm. Ja. Genau. So. Die kannst du gleich auch nochmal mit wegpumpen hier. Die Sachen da, die brauche ich nämlich erstmal nicht hier. Und die zwei hier auch. Bitte. Dankeschön. Das ist eine nette Pumpe. Obwohl... Na, wartet, wartet. Aber meine Sachen hier sind auch schon fast kaputt. Aber nein, macht nichts. Wunderbar. Ach, da unten sind sie. Okay. Nein, oh Gott. Oh nein. Warum tut es das? Verdammt, ich hätte die... Ah. Wartet, ich muss die Pumpe nochmal ausmachen. Das ist ja nervig. So. So. Weil... Ich wollte... Gern noch... Zack. So, hier, da muss das lang. Das wird jetzt hier nochmal ein größeres Unterfangen. Wahrscheinlich brauche ich dann nochmal mehr Transport Alps aus Cobblestone. Ja, die hier muss immer weg. Ah, bau schneller. Komm, Dankeschön. Machen wir das Ganze mal hier weg. So. Zack. Da habe ich noch was vorhin hochgenutzt. Ja, da war noch was. Zack, das sortiert sich jetzt hier dann erst nochmal ein. Ähm... Gut, was wollte ich jetzt? Ja, genau. Hier. So. Ach, du lieber Himmel. Hä? So. Klappt das dann? Ja, das klappt. Ich brauche noch mehr Cobblestone Pipes. So. Das mache ich jetzt hier in dem Part noch, auch wenn er dadurch schon ultra lang ist und ja. Hör, wie machte man denn? Oh Gott, jetzt weiß ich das Rezept für Pipes noch. Äh... Achso. Okay, gut. So, das geht ja. Direkt. Ist ja sogar billig, das Zeug hier. So, krank. Gut. Endlich geht das. Das punktet hier nämlich das ganze Zeug ab. Und, äh... Ja, gut. Naja, ich würde mich dann auf jeden Fall über eine positive Bewertung und einen Kommentar freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Tschüss! Bis dann. Jetzt sind es bis zum Anfang. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall.